so hallo hier ist das team vom supportnet und heute machen wir mal ein kleines unboxing eine ssd und zwar haben wir hier von corsair die force gt sata 3 mit 120 gigabyte ihr sehen könnt wir haben das flaggschiff in rot soll besonders schnell sein ich weiß nicht ob das nur an der farbe liegt aber wir schauen mal nach was drin ist so wir haben einmal natürlich die ssd schönen rot wir haben hier noch mal ein einbauer mit schrauben damit wir es auch in ein tower gehäuse einbauen können und sonst haben wir nichts also keine software keine bedienungsanleitung ist ein bisschen mager aber wer sie nur einbauen möchte und seine tools selber hat den reicht es vollkommen aus